Sie sind auch schon Weltmeister, allerdings über zehn Tänze, also ein sehr ausgeglichenes Paar, vielleicht mit Schwerpunkt bei den Standardtänzen. Kim Riegel, Cecilie Brink also. Und sollte unter Ihnen, liebe Zuschauer, jemand sein, der sagt, Tanzen an Ostern muss das sein, dann lassen Sie mich den heiligen Augustinus aus dem 5. Jahrhundert etwas zitieren, der sagte, ich lobe den Tanz, oh Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel, mit dir nichts anzufangen. Und so gesehen, liebe Zuschauer, ist diese, unsere Tanzübertragung, auch eine kleine Osterbotschaft gewesen. In diesem Sinne und mit diesen Bildern noch einen schönen Ostersonntag. Auf Wiedersehen. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020